Hallo meine Lieben, Erzengel sind unsere Begleiter in ein gutes und erfülltes Leben. Und da steht Metatron im Mittelpunkt. Sein Name endet nicht wie bei allen Erzengeln mit L, also E, L, was Gott bedeutet. Die Aura von Metatron leuchtet grün und pink Farben. Seine Energie ist sehr stark und kraftvoll. Sie fühlt sich wie ein Laserstrahl an. Diese Energie schenkt er dir von Tag zu Tag. Metatron ist ein besonderer Engel. Das Besondere an ihm ist die Art und Weise in seiner Hilfe. Er hilft dir, Prioritäten zu setzen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Damit ist es für ihn leicht, die Menschen zu unterstützen. Um seine Hilfe annehmen zu können, solltest du Papier und Stift bereit liegen haben. Dann rufe Metatron. Entspanne dich, indem du mehrmals ein- und ausatmest. Ein- und aus. Dann rufe dir deine Prioritäten ins Gedächtnis und achte darauf, nicht Dinge zu notieren, die du sowieso tun musst. Wähle das, was dir wohl tut und was du liebst. Wähle folgende Affirmation. Ich setze meine Prioritäten und handele danach. Ich will deine Energie, Metatron, spüren, die täglich zunimmt. Bitte, Metatron, unterstütze mich dabei. Atme wieder mehrfach ein und aus. In der Zeit, wo du auf Antworten von Metatron wartest, atmest du ein und aus und wartest. Dabei wirst du feststellen, dass die Ideen und Gedanken gesendet werden. Handele danach. Nimm das Licht von Metatron auf und lasse dich leiten. Und du wirst feststellen, welch wundersames, liebliches Gefühl er dir gibt. Notiere dir die Antworten, die du von ihm erhältst. Gestärkt durch die göttliche Energie kannst du langsam ins Hier und Jetzt kommen. Nun wünsche ich euch, dir, ein erfülltes und gutes Leben. Metatron begleitet dich. Er ist an deiner Seite. In Liebe, eure Derya Die Derya Die Derya